Ja, moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir und in diesem Video kommen wir uns wieder in den täglichen Gegenstand-Shoppern und Leute, wir haben richtig viele und coole Sachen im Shop bekommen, die komplett neu sind. Bleibt euch mal bis zum Ende des Raumes, nichts zu verpassen, ansonsten würde ich sagen, lasst auf jeden Fall ein Abo, dann hat ihr auch die Glocke aktivieren und meinen Crate-Tag abchecken. M-E-T-E-8 ist komplett kostenlos, denn ich glaube, heute ist der letzte Tag, wo ihr die kostenlose Lackierung in Fortnite bekommt könnt, mit meinem Crate-Tag also fleißig angeben. Da würde ich aber sagen, schauen wir mal direkt den Shop an. Viel Spaß! Ja, der neue Shop ist da und wir haben auf jeden Fall vier neue Sachen. Wir fangen natürlich ungewöhnlich an, ihr kennt es, taktischer Sparten für 500 V-Bucks ist relativ okay, kann man sich holen, muss man aber nicht. Ich finde ehrlich gesagt, 500 V-Bucks kann man definitiv besser investieren als in diesen taktischen Sparten. Wir gucken direkt weiter und zwar gut geölt. Haben wir hier für 500 V-Bucks, es ist zwar sehr komisch, er bewegt sich wie ein Roboter, denn wir haben heute auch das Roboter-Thema im Shop. Ich lasse euch natürlich nochmal kurz die Musik abspielen oder die Geräusche. Alles klar, das reicht auch schon wieder. Ist relativ cool, kann man sich definitiv gönnen und finde ich sehr witzig für 500 V-Bucks. Dann die Spielspezialistin für 1200 V-Bucks, diesen Skin feiere ich irgendwie von Mal zu Mal immer mehr, keine Ahnung warum. Aber ich finde ihn sehr solide und für 1200 V-Bucks ein Skin, den man sich gönnen kann. Zwar ist es in meinen Augen ein 800 V-Bucks Skin, aber ist natürlich Epic Games Sache. Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr euch das gönnen, ansonsten einfach mal weiter gucken. Dann haben wir noch Endlos-Wippen für 500 V-Bucks, auch ganz cool. Also der hat auf jeden Fall den Groove drauf, man kann einfach nicht aufhören. Das ist tatsächlich wahr. Ich lasse euch natürlich nochmal kurz die Musik abspielen. Ja und das war es auch schon wieder. Dann haben wir die 10 Battle-Pass-Stufen mit dem 500-Saison-EP. Für 600 V-Bucks heute im Shop immer noch das Angebot. Also wie gesagt, wir haben noch 4 Tage glaube ich oder 3 Tage. Ne, Donnerstag endet ja die Season, genau Donnerstag kommt die neue Season. Also ihr habt noch ein paar Tage, um diese Season eure Battle-Pass-Stufen zu leveln und Saison-EP zu gönnen. Aber wenn ihr es nicht schafft, einfach für 600 V-Bucks 10 Stufen und dann habt ihr auch wirklich den Battle-Pass auf Level 100. Dann natürlich nochmal Scherpenfeldwebel für 1200 V-Bucks, Indiana Jones Style ganz fresh. Und 1200 V-Bucks kann man hier definitiv besser ausgeben als bei der Spielspezialistin. Ich finde den irgendwie cooler und besonderer. Also hier definitiv gönnen. Wenn ihr noch V-Bucks braucht für den Skin, dann unten in der Beschreibung habe ich euch Xbox und PSN Karten verlinkt. Ihr könnt ihr bis zu 5 Euro Spannung mich dabei unterstützen, auf jeden Fall Erem-Aktion. Wir haben natürlich aber nochmal richtig coole Sachen und zwar Hackweiser. Ja, das Ding ist auf jeden Fall richtig cool. Es ist aus Schrott gemacht worden, aus irgendwelchen Schildern. Man sieht da ein Lama drauf und da steht Delete, also gelöscht und da steht Tilted. Ja, für 500 V-Bucks auch immer sehr, sehr cool. Manchmal kreuzen sich die Wege Teil des Robo-Rebellensets. Für 500 V-Bucks ganz cool, kann man sie auf jeden Fall auch kaufen. Dann haben wir die Revolte-Scan, ein episches Outfit für 1500 V-Bucks. Auch sehr cool, Bordbündel, ein Skateboard auf dem Rücken, auch sehr fresh. Also er ist auf jeden Fall ein richtiger Skater mit seiner Käppi einfach. Dann haben wir natürlich nochmal den Rebellion-Scan, also die weibliche Variante mit dem Farbversorger-Rücken-Accessoire. Aber die edle Tasche am Arsch muss trotzdem. Dabei sieht ein bisschen aus wie Louis Vuitton oder so. Aber für 1500 V-Bucks kriegt ihr diesen Skin natürlich heute auch nochmal im Shop. Also wir haben 4 neue Sachen. Gönnt euch die. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr euch gegönnt habt. Und ansonsten schreibt mir auch mal in die Kommentare, welches Level ihr in eurem Battle Pass seid. Interessiert mich auf jeden Fall. Ansonsten natürlich nicht vergessen, meinen Crate-Tag einzugeben. M-E-T-E-8 ist komplett kostenlos. Alle 14 Tage müsst ihr das neu eingeben, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Lasst gerne ein Abo da, lasst euch auf die Glocke aktivieren. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal. Mal. Mal.